Keine Frage, die Beziehung zwischen Mutter und Tochter ist immer etwas ganz Besonderes. Doch bei manchen unserer Stars macht es den Eindruck, als sei das Mama-Kind-Band besonders stark. Wir haben für euch acht der außergewöhnlichsten Mutter-Tochter-Gespanne zusammengestellt. Auf Platz 8 tummelt sich die Schauspieler-Familie Thalbach. Der Pol, um den sich alle versammeln, ist Oberhaupt Katharina. Ihr Nachwuchs Anna ist ebenfalls Schauspielerin, genauso wie Tochter Nelly. Weiter geht's mit Madonna und Tochter Lourdes. Ganz klar, ihren rebellischen Modestil hat die schöne Brünette von ihrer Mama geerbt. Doch nicht nur das, auch sie weiß, wie man polarisiert. Erinnern wir uns doch mal, was für einen Aufschrei es gab, als Madonna dieses haarige Bild von sich und ihrem Nachwuchs teilte. Auf Platz 6 haben es sich Maria und Margot Telwig gemütlich gemacht. Bis 2010, als die beiden durch den Tod von Mutter Maria entzweit wurden, zählten die beiden zu den Aushängeschildern der Volksmusik. Fast 63 Jahre sangen sie zusammen. Einfach rührend. Diese zwei Damen kennt ihr sicherlich auch. Michelle Hunziker und Tochter Aurora. Auch sie sind ein Herz und eine Seele. Und die schöne Nachwuchsmoderatorin hat eine ganz besondere Art gewählt, ihre Mama immer bei sich zu tragen. Nämlich in Form eines Tattoos. So zieren die Buchstaben M für Michelle und E für Vater Eros Ramazzotti das Handgelenk der jungen Italienerin. Nein, diese beiden auf Platz 4 sind immer noch keine Zwillinge, sondern tatsächlich Mutter und Kind. Ava ist die Tochter von Schauspielerin Reese Witherspoon und ist ihrer berühmten Mama wie aus dem Gesicht geschnitten. Im Interview mit Glamour schwärmte Reese im Jahr 2017, Wir sind uns sehr nah. Ich bin so glücklich, dass ich diesen unglaublichen Menschen in meinem Leben habe, mit dem ich reisen kann, mit dem ich meine Liebe zu Fashion und Make-up teilen kann. Das ist wunderbar. Und auch die zwei Damen auf Platz 3 kennt ihr sicherlich. Denn was wäre die deutsche TV-Landschaft ohne Simone und Sophia Tomala? Möglich, dass es Sophia inzwischen sogar öfter in die Schlagzeilen schafft, da sie mit ihrem teils recht sarkastischen Instagram-Auftritt gerne mal aneckt. Bei den nächsten beiden müssen wir auf unseren Platz 4 verweisen. Schließlich sieht auch Kaya Gerber aus wie ein Minimi ihrer gefeierten Mutter. Und dank ihres makellosen Aussehens kann es die im Jahr 2001 geborene Kaya beruflich wie ihre Model-Mama angehen lassen. Vielleicht konntet ihr euch bereits denken, wer sich die Goldmedaille holt. Klar, die Kardashians. Aber welche wohl? Im Angebot wären natürlich Mormager Kris und das entweder mit Kim, Kourtney oder Khloe Kardashian oder aber mit Kendall oder auch Kylie Jenner. Unsere Nummer 1 sind aber ganz klar Rudel-Chefin Kris Jenner und Tochter Kim Kardashian. Sei es in ihrer Soap, Keeping Up with the Kardashians oder auf dem roten Teppich. Dieses Mutter-Tochter-Gespann gehört einfach zusammen.